Bombs Hill, ein großartiger Spieler kommt zurück, aber erstmal, wenn du ein treuer Fan von Borussia Dortmund bist und keine Infos zu unserem Lieblingsteam verpassen möchtest, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um alle Infos aus erster Hand hier und auch zu erhalten helfen sie mir, 400 Abonnenten zu erreichen, vielen Dank an diejenigen, die sich angemeldet haben. Und kommen wir zum Thema des Videos, Mahmoud Daud von Borussia Dortmund muss den bisherigen Verlauf der Saison 2022 und 2023 schnell vergessen wollen. Eine hartnäckige Schulterverletzung zwingt den BVB-Mittelfeldspieler seit dem dritten Spieltag zum Zuschauen, zerschlug die WM Hoffnungen und schwächte wohl die Verhandlungsposition des 26-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Besserung ist zumindest in Sicht, am 2. Januar, einen Tag nach seinem 27. Geburtstag, steigt Montag Daud mit seinen Teamkollegen ins Flugzeug nach Marbella, wo sich der BVB auf den Rest der Saison vorbereitet. Das berichtet der Kicker, demnach sei voller Körperkontakt wieder möglich, eine Infektion, von der sich Daud kurz zuvor erholt hatte, nun ausgeheilt. Der BVB freut sich auf die Rückkehr des zweifachen deutschen Nationalspielers, der vor seiner Verletzung endlich regelmäßig auf dem Platz zeigte, was 2017 versprochen wurde. Der Rasenumdauerbrenner Jude Bellingham brauchte dringend Entlastung, BVB bleibt angeblich erster Ansprechpartner, kurzfristig könnte die Rückkehr von Daud die Situation entspannen, doch wie es für den syrisch-deutschen nach der laufenden Saison weitergeht, ist unklar. Laut Kicker ist derzeit noch offen, ob der Rechtsfuß seinen Vertrag beim BVB verlängert, die Borussia bleibe, erste Anlaufstelle und beide Seiten seien an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert, Ein garantierter Erfolg der Gespräche sei aber unwahrscheinlich, damit Sie keine Informationen wie diese mehr verpassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann, und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team verpassen, und das ist eine Umarmung und ein Abschied. Das ist eine Umarmung und eine Umarmung und eine Umarmung. Das ist eine Umarmung und eine Umarmung und eine Umarmung.